Ich hatte mal keinen Bock, die ganze Vortrags-Videos zu machen. Machst du Videos auf dem Handy? Bruder, kannst du das bitte ausmachen? Das tut ein bisschen in den Ohren weh. Ich denk mal, ich mach wirklich weiter. Niki, lass doch mal, komm, 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 du vielleicht spielen sollst. Du, äh, Dings, Trin, El und Jermaine. Nein, du hast 20 August. Hey, Gula, warte mal. Ähm, heh, heh. Heißt, Gula 1,6, und da ist ein Profilbild, ein Marshmallow? Ja, klar. Ja, ist der, ist mein Schmerz im Moment, ne? Niki, hast dich aboniert, aber ich mach mal schlacht. Ich hab dich eigentlich schon mal abonniert. Ja, der, der, der startet mal Lightroom. Na, hab ich überhaupt grad, Lightroom, ja. Ich hab grad ein Lightroom gestartet. Ey, kann dir machst du Burst? Ja, ich hab's mal versucht. Ja, ich bin voll gut drin, wenn du willst, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du runter, runterfahren. schießt halt, dann mach ich nicht an, Ka. Was heißt das, Seth? Sag mal. Coole Community. Nein, komm, sag jetzt wirklich, sonst beendet ich den Livestream. Schwör. Schwör auf dein ganzes Leben, schwör auf deine Mutter. Digga, komm doch einfach, Digga, das ist gleich die Lücke. Ich hab das auch jetzt nicht gemacht. Ey, Moment, weißt du was AMK heißt? Das ist auch gleich die Machen, wo ich AMK einschreibe. Nein. Das heißt Lücke. Ich glaub mir. Sonst kann ich ja so viel Liebe ihren Livestream machen. Das machen wir heute in der Geschichte, Papa. So, 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 so. Keine Ahnung, nein, 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 nein. Ich darf Kaka sein, Digga. Kein andern Bruder? Mir guckt einem Paul zu von euch. Wie das ist eh? Versicher, dass hier ist. Okay. Okay. Bruder. Niki, Niki, dein AMK ist hier echt best. Ja. Dann muss ich nochmal anfangen. Niki, Niki. Ach, hier ist der. Hat er doch. Ja, bei mir nicht. Du musst kurz hin zurückgehen und dann wieder auf School anziehen. Warte. Ey, die nächste Welle ist jetzt wieder. Okay. Okay. Furti, Furti, Furti. Bruder, ja. Nächste Welle. Ich denke, aber mir wird der Leifestil nicht angest. 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 Mir ist der Leifestil nicht angest. Doch, geh einfach auf sein Ziel. Also geh einfach auf links, rechts ziehen. Marshmallow Ball kommt. 4 die 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 Echt? Ja. Okay. Hält dir auf der Abendkarte bedeutet. Abendkarte bedeutet ähm... Abendkarte bedeutet mutterfika. Boah, f*** ich euch. Wir sind ja auch ein Schuss in der Welt. Komm ich mach das beim nächsten Livestream auch. Ja. Ich nicht. Ich beende kurz den Livestream. Ey, wenn du beendest Digga, dann mach ich das im nächsten Video auch nicht. Ja, schon. Dann auch nicht. Wenn du nicht, dann auch nicht. Wenn Amkar jetzt bleibt, dann mach ich das im nächsten Video. Ja, komm. Mach jetzt auch einen Livestream. Und schreib da auch Amkar hin. Nein, Dings. Ja, Luca. Ja, ich mach nicht. Ich könnte nur noch mal mit Witzel. Ey, Digga, mach Witzel. Worf, Firma, das war ein kaltes Mal! Herr, nein? Ja, das war ein Leben! Bruder, Bruder, allerdings bin ich nicht gut geworden! die 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 und aufgrund der Wunderland die Wunderlichkeitschicht die Wunderlichkeitschicht ich kenne die Wunderlichkeitschicht zum Ende des Versorgungsdaten an den Diensten und auch das ist gut weil das was jetzt ist genau das war nicht Bruder, der hat den schwarzen Ritter und war extrem schlecht. Ey, ich weiß, weil ich weiß nicht, wie man lässt, wie man da, 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 wie man da. Ja, Alter. Der will 100, geil. Die kann alle anderen dann nehmen, die verrechten dann. Der, ich bin aufgehörig. Für mich wäre es peinlich, wenn es am Nosekin mich killt im Video oder like den, ne? Bruder, stilt dieser Wichser mir mit dem Kill. Der will richtig, 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 richtig. Der Luca in der Suche der Sonne, in der Suche der Sonne. Hab es. Oh, Null Zuschauer. Hä? Guck auf YouTube, Null Zuschauer. Oh, gerade. Card kann man, aber du hast auch nicht so viele Abonnenten, also, ähm, ist halt auch bisschen klar. Ach, Bruder. Ach, Bruder. Hör, Bruder, wo ist der? Ich bin nur doch von deiner Brunser, Alter. Junge. Butter. Bruder, das sind 6k, ich glaube, das ist mal das erste Mal. Ja. Hier. Hier. Hier, hier. Hier sind wir wirklich nicht. Hier sind die Leute im GeForce, denn hier ein Team Noh. Und wir sind die Besten. Die Ehren am Festten. Ja. Oh. He he! Ich kann da nicht mehr, ich kann da nicht mehr, ich kann da nicht mehr! ich habe von keks Na? Na? Digga, ich spitze Zeit ein. Ja, moin. Ich hab 400 RP, du vom Mikro 9 rausgegeben. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Okay, es geht später. Übernehm den Schafronkeks, ne? Ich hab den Schafronkeks, ne? Oder? Mausgepiepest. Ja. Digga, ey, ich weiß nicht. Unter jedem Video bei meiner Beschreibung schreibe ich bald. Wenn ich bald mal spiele, macht keinen Mold. Oder so. Ja, Digga, dann würde ich nicht die extra Mold Mold. Oder so. Wenn du das Video spielen musst. Usau, Usau. Nein! Wir kamen nicht da. Ey, unsere Verteilung ist ganz anders geil. Jeder an einen, jeder sagt an einen. Ich hab keine Ecken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Um Geld zu machen. Und dann dort machen, macht es echt Spaß. Also... Nein. Nein. Ja. Ja. Bruder! Kampampan-Kannschuss trifft keiner. Ey, ey, ich geh jetzt offensichtlich fallen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hä? Bruder, ich hab da keinen gesehen. Abonnieren. Abonnieren alle Gaming. Abonniert alle Kubula. Also abonniert alle mich. Abonniert alle Kingbees. Abonniert alle. Abonniert alle. Gaming-Beast. Gaming-Beast. Welle 8, Bruder. Dann weißt du, was da mal ist. Das hat, was da mal so. Aber das Ding ist. Ja, ja. Einen Zuschauer. Ich hab keine Zuschauer. Ich hab mir nie gegangen. Egal, ob ich keine Zuschauer hab gefunden. Was? Mach was? Ich hab Minigal. Ich hab Minigal. Ich wurde direkt umgemetzelt. Ich auch. Ssss. Ey, Digga, warte kurz. Ich bin vielleicht steuer. Ey, Junge. Der Zonen-Morning ist erstmal der Fahrdiger. Dieser Zoo, ne? Zonen, ja? Ja, ein Kommentar. Ja, Luca, hast du das Kommentar geschrieben? Welches? Welches? Das Kommentar. Ja, welches Kommentar. Ja, welches Kommentar? Ja, keine Ahnung. Ja, die guck mal nach. Also, geschrieben hab ich gar nix. Ich geh doch auf YouTube. Wenn er jetzt noch die Welle macht, der ist Ehrenmann. Macht der, macht der, macht der. Er zieht durch, ne? Der hat nur noch wenig Kaffee. Egal, der zieht durch. Der lässt sich hier. Da hat niemand einen Kommentar geschrieben. Da hat niemand einen Kommentar geschrieben. Da hat niemand einen Kommentar geschrieben. Herr Bruder, da hat niemand einen Kommentar geschrieben. Bei mir war dann gezeigt, als auf der Playstation das Kommentar geschrieben wurde. Ey, jetzt hab ich auch einen Kommentar geschrieben. Und dann dann wieder zurückgezogen. Bruder, was hast du geschrieben? Das sieht geil geil aus. Guck mal mehr nach da. Ja, das sieht geil aus. Ja. Du siehst mich ficken in der Range Rover. Ja, ja. Ey Leute, vielleicht mach ich gleich Musik an. Vielleicht kommt Kaiju. 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 Komm. Komm. Lern und spiel mit mir. Ich bin schon groß und vier. Ich heiße Adolf Hitler und Ficke. Ficke. Mit hässlichen Mädchen. Ja, ja, ja. Ach du scheiße. Ja, ja, ja. Was hab ich ihr gesagt? Junge. Ja, ja, ja. Jetzt. Scheiße, Mann. Doch, wenn der Wurst ist, kann der Wurst nicht schlecht. Ähm, ich glaube, der muss zugucken. Aber links. Aber links. Was? Ist das schwieriger durchzukriegen? Die Wurst dadurch oder was? Nein, so hat man schlechteres Aim, wenn man so schießt. Also. Ich bin schon groß und scheiße. Ich bin schon groß und sexy. Komm und lerne und fick mit mir. Kaiju. Kaiju. 2 Euro pro Stunde? Ja, ich frag jemanden bald. Eine Oma. Hm? Nein, ohne Scheiße. Mach ich. Wirklich. Ich geh jetzt gleich erstmal das ganze Money und so einsammeln. Wenn die Welle vorbei ist. Wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst. Ich geh auch mir das ganze Money anziehen. Nicht an den Fingernägel kauen. Bruder, ich bekomme gerade einen. Bruder, ich kriege es nicht mal unter Kontrolle. Ohne Scheiß. Der geht ganz halt hoch. Nein, Spaß. Oh mein Gott, ich habe keinen Schatzkarton. Ich habe keine Metz. Na, Bruder. Die Welle dauert noch voll lange. Ja, was hat du falsch? Egal, kommst du noch ausreichend mit Geld? Ja, das stimmt. Bruder, ich habe mir den gerade komplett um. Wir werden die Welle C überlegen. Wir werden die Welle C überlegen. Nee, nee, nee. Wir werden gleich noch eine Welle fertig ist. Also wir werden danach noch eine Welle. Wenn du eine letzte hat, dann bekomme ich einen neuen Schlag. Oh, okay. 90, Bruder, ich weiß nicht. Der ist klar. Guck, du meinst der so, ne? Der so, ich mach so. Wenn einer die letzte hat, dann kannst du es machen. Ey, ja, Luca. Nein. Äh? Ja, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Junge, der lügt. Nein. Das stimmt, aber... Oh Bruder! Ich krieg den Klappchen nicht unter Kontrollen. Die Klappchen wieder zu Fiki. Fiki, 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 Fiki! Nein! Niki, 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 Fiki, Fiki, Fiki! Jetzt geht der... Ne, der geht sogar noch höher. Geht so. Bruder. Ey, wenn ich das komplett freilasse, ne? Ist er locker so 4 Meter hoch. Ey, dann nimm den Augen auf, Niki, 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 niki. Niki, 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 niki. Hier, warte... Boah, Junge, ist der groß. Und der zielt auf mich. Der zielt auf mich. Oh, ja, guck dir. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, der ist verrekt. Der ist verrekt. Ich schade. Oh, gut. Ja, schmeckt nicht gut. Ey. Knöck. Man hört das, ne. Niki. Niki, Niki schlacht. Du hieß es. Die hätte. Ich auch. Das war so peinlich. Für mich nicht. Du sagst hier, du duf. Du hieß es. Warte. Hey, ich hab das Mädchen angeguckt, ne? Ich war wirklich mal im Schwimmbad und hab ein Steifen bekommen. Alle Frauen und so. Voll viele haben auf mich aufgeleitert gemacht. Doppel zu lang wie ein Windsteckchen. Hohoi, are you cowboys? You're on the ten, yo. Boah, Bruder. Ey, hörst du, dass es nackt sind? Boah, ich muss kurz Johnny Paul anrufen, ne? Sein Pimmel knackt. Bruder, warum hab ich den Pimmel nicht behindert genannt? Bruder, Niki, du wunderst dein Aufmerksam, dass der alles hört, ne? Niki, ich weiß, dass das denn Aufmerksam alles hört, ne? Was ist denn, ey, das hört, der denkt sich auch gut, Digga. Bitte. Uhuhu. Ja. Bruder, der zählt grad extrem, Junge. Och, Bruder, der zählt. Niki ist so recht peinlich, weil der ist grad im Livestream. Ich weiß es, ne? Ich weiß es, ne? Guck, genau was machst du mit euch, Scheiße. Oh, ich kann mich auch so danceen. Bruder! Ja, Mann, das muss mal sein. Oh, nein. Niki. Bei den Leichungen machen wir meinen Leichungen behindert. Ja, ich hab wirklich so. Warum hab ich den nicht behindert genannt? Mach den Stecksecker. Oh, oh. Ey, jetzt geht der runter. Welle, überlebt. Ey, jetzt geht der runter. Warte, der muss wieder hochgehen. Bruder, der geht grad wirklich wieder hoch. Wie ist das? Wie ist das? Januka, komm, komm, Junge. Er hat die Flaschbock, ähm, ähm, Jacken. Ähm, Jacken. Ey, ich ruf, ey, Januka, ich ruf mal kurz Johnny Pole an, ne? Und frag ihn. Wer kennt da so einen kleinen Jungen da? Hat mal so gesagt, ey, immer wenn ihr einen Schlaf finden habt, ruft mich an, ich komm den nutzen. Ich hoffe, er hat das nicht angeln sollen, ne? Also, ich hoffe, er hat das nicht angeln sollen, ne? Also, ja. Und rein in die Olga. Ich geb ihm seine Mutter Headshot in seinen Nacken. Nacken. Ui. Ich geb ihm unsere Mutter einen Heck, kein Heck, ein 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 Heck. Ne, nein, nein. Aufwachsend. Spitz und Bickniss haben. Warum? Warum? Oh mein Kohl, komm mal mit mir. Uh, Junge, der ist grad gefühlt so groß. Ey, wir reden halt grad nicht über unseren Schwanz, wir reden halt über unsere Bockwurst, also die wir gleich essen werden. Wir haben halt Bockwurst. Niki kann drüber kommen, komm, 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 komm. Niki kann drüber kommen, komm, 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 komm. Gern, gern, gern. Gern. Was das für ne Wurst ist? Menschenwurst. Nein, das ist ne Bockwurst. Ja, Bockwurst. Aber extra lang. Okay. Ist halt wirklich so. Was habt ihr denn vor einer Zeit geklaut, Digga? Ich glaube, ich habe schon mal wieder zu den Bockwurfen. Wir haben über Bockwurst geredet. Bockwurst. Bockwurst sind halt schon, ne? Und gefühlt meistens so groß. Aber wo die so riesig sind. Ey, ich hab jetzt mal bei meiner Bockwurst. Ne, kein Wurst. Äh, ich komm, 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 komm. Äh, ich sag, komm, meine Wurst. Ja, lieber nicht so. Komm, 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 komm. Ich sag, komm. Ich sag, komm. Wird nur noch ein Kreisheitswurst geredet, ich sag, komm. Ja, wohl nicht, Digga, komm. Oh, Bruder, da war der. Wo? Bruder, die Bockwurst. Schreibt mal alle in die Kommis, Hashtag Bockwurst. Ja, ne, ich sag, Digga, Endgucken. Der wird das machen. Ja, ich sag's drauf. Aber schreibt mal alle in die Kommis, die den Livestream auch später angucken. Hashtag Bockwurst. Dein Erstes teils wird gegrüßt. Nee, die ersten drei. Ja, die ersten drei. Digga, Digga. Komm, ich muss hin und zu. Also, soll denn die. Aber... Die Bovó... Ich bin... Ich bin die Bravóóó. Die Bravóóó. Ich bin die Bravóóóó. Ich bin die Bravóóóóó. Ich bin die Bravóóóóó. Ich bin die Bravóóóóóóó. ich bin die brauche ich mal wir machen ja auch leise filme so die jetzt gucken nicht alle zu die leiter 18 plus sind am besten sollen mädchen sein die achten kürzeln oder so am besten drei und geilen arsch haben und google genau 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 hast du das über wenn der party wie heißt dings stimme wird überall verteilt die nummer in die kommis ne ich schreibe auch meine nummer in die kommis geschrieben nein hast du nicht dass das nicht in die kommis geschrieben hat und das war full drauf ich bin die junge junge du hast ja nicht mal jemand gesehen keine ahnung aber das ist ja auch viel kreuz ich bin die kreuzeln wer hat was in die kommis geschrieben htl htl und bei der nummer 1 7 3 3 8 8 8 8 8 8 8 9 1 ich bin nach einer Ja, Moin. Hallo. Hey, ich guck links, die machen darf ich dich anrufen, weil wir schreiben ja die Kommis. Ey, ich guck gleich die Kommis durch nach der Runde. Okay. Okay. Ach, Bruder. Leider verloren. Aber 1214 AP. Bist du rutsch? Ich bin die Bratwurst. Ich bin die Bratwurst. Ich krieg Geld abgezogen. Äh, Kurs geht rauf an King Beast und an GamingD anrufen und nachlutschen fragen. Ey, Lukas ruft dich jetzt wirklich an, ne? Hä, meine Nummer geht anders, ne? Weißt du auch? Ja, ich weiß. Was? Zeig dein Spind, Niki. Schau mal, wieso ein Spind aussieht. So halt. Geh mal bitte den Spind. Dann so. Dann so. Dann so. Und doggen wir sehen viele, also haben wir viele Würste. Ey, dafür lernen Deutsch. Was? Eins, eins, zwei? Ja, Feuerwehr. Ich bin die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Ich bin der Wach, die Mama. Ich hab einen Kommentar zu Brassers. Es soll lieber Brassers, äh, hat jemand geschrieben. Nein, niemand hat gerade normale. Also, niemand hat gerade geschrieben. Niemand hat gerade geschrieben. Niemand hat gerade geschrieben. Bei diesem Brassers Video, ich soll lieber Brassers auch machen. Ja, wir können wünschen, dann können wir nicht ein Wurst aufnehmen. Ja. Ich zock auch mit dem, ne? Der, der das hat. Der, der das hat. Ist das die Tüterin auch? Ja, hab ich. Allerdings. Wer hat der? Einen. Ex-Kumpi. 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 Ich bin voll krank. Ja. Beste Community. Ja. Auch wenn du keine hast. Doch klappt. Wie heißt die denn? Dingsdaag. Ich, ich, ich heiße World Cup. Anonymus 1.2. Ey, man hat ne, äh, wie heißt Community, ne? Weiß aber nicht, die heißt... Alles klar. Armee. Alles klar. Ey. Ey, ich, wenn ich was... Ey, David, willst du ne Blue Pump? Hab schon eine. Okay. Und dafür finde ich nicht meine. Nein, 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 nein. Den krieg ich meine. Ja, ich hätt's dir trotzdem gebraucht. Du bist direkt ein Haus gegen Eva von mir. Ja. Mit ne grüne, äh, äh... Top? Ne grüne Tommy. Ne grüne Tommy. Nein, ne grüne... Ak. Ak, ja. Markier mal. Ja, warte. Ich schlute hier halt das Haus durch. Germaine. Hier, 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 hier. Ja, gut. Er hat das andere Minderchen abgedrückt. Ich schlug mir den Meisterfels in der Wunde. Ich schlug mir den Meisterfels in der Wunde. Brrrrrr. Du brrrr. Eine Schlage ich zusammen. Ey, Charmaine, schlug, 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 schlug. Ey, Junge, die wollen schon mit dem Schlagen zusammentrugeln. Sorry, es war zu spät. Ura, du hast die Fieft, du witz. Da er dann im Schlag ging. Ey, ey, ich mach das jetzt einfach. Ich mach das gleich mal mit dem Link. Ich mach das gleich mal mit dem Link. Ja, Moin. Oh, wo ist denn die Acha? Guck, 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 guck. Mach das bei dir einmal so, zack. So, zu. So, fu, fu, fu. Einmal so, zu. Und das war auch mit dir nochmal, Digga. Hier. Gugula. Hier liegt die. Oh mein Gott, Digga, ich bin wieder Milligand. Hallo? Wo ist die? Hallo? Ja, ich hab sie. Ich will ein Ding so zusammen machen. Aber wo ist es? Ich bin in den Kopf von mir gegen den Räumen. Echt? Boah! Jemen, kriegst du das? Ich hab einen zusammen geprüstet. Jemen, kriegst du das? Ja. Das tut aber nicht. Ja. Ey, vom Krieg stanken die mehr. Ich vermiss die Veröffentlichung. Digga, die hab ich einen kleinen Manns in der Tür. Wir wollen heute. Magic, Magic. You are the magic. You entertain you, man. Doch, Digga. Jungen, der Boat schon. Schau mal an. Magic, Magic. Wie untertäglich. Ey, ich wollte er mit meinem Hack, äh, hat er noch mal eine Tätigkeit von meinem Kugeln? Ja, ich auch. Komm mal auf. Ich hab's geschaut. Ja, okay, er hat einen gebrochenen Glasflaschen. Schau nicht. Ah, ich kriege dieses Klingeln. Ist halt wirklich so, ne? Alter, HS-Kind. Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, was du mal gemacht hast, ne? So mit einem Axten, so mit einem Kugeln draufziehen und du, oder, einen Kugeln mit dem Sparen. Gut, da bleib mal geschild, du ADHS-Kind. Das ist halt. Ja, okay, bleib auch mal geschild, du ADHS-Kind. Ja, okay, bleib auch mal geschild, du ADHS-Kind. Vielleicht habe ich einen Schlauch. Ich hab's mal. Du machst voll Spaß damit. Junge, hat's jetzt... Ey, bleib mal geschild, ihr ADHS-Kind. Ja, okay, Niki, okay. Du hast... Wenn darf ich nicht sagen, also, ich hab's als erstes. Also, wenn darf ich nicht sagen, ich hab's als erstes. Hab's im Gas, Niki, ich hab's als erstes. Danke. Jermaine als erstes. Darin ist es vorletztes. Jermaine als erstes. Okay, lieben gern, lieben gern, lieben gern. Jermaine ist immer als erstes. Ich hab's als erstes. Ich hab's als erstes. Weil der erste ist ja meistens... Hast du grad grad, sagst du, wir sind vergasen? Ja, aber... Ja, sagst du, wir haben nur mal zu. Wer, 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 wer... Hitler? Wer bist du? Ich suche, ihr Glocke. Und der? Mein Gucke, Bruder, hoch rein! Ho, mein Gucke, Bruder! Auf meinen Gucke, Bruder, hoch rein! Auf meinen Gucke, Bruder, hoch rein! Und wir ficken bis Gruß, 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 Gruß! Und wir ficken bis Gruß, Gruß, Gruß! 25 Länder noch, aber davon sind drei gefickt. 24 Länder noch und da vorne ist ein Luca gebums, 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 bums, bums, Bo, 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 boooo! Ich muss den Rest der Show nochmal weitertırtern Bolleình Sarek bumm, Sarek bumm, ja nur Kavafan Sarek bumm, Sarek bumm, Sarek bumm, 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 bumm. Und im Schleser bin ich nieder, im Schleser satt ein armer Mann. Ne, ich kriege ein Mann, hat die Kleine drauf genommen, und dann werden wir auch mal verhauen. Ähm, soll ich euch noch was zu sagen? Danke. Ja, auch, älter, Junge, die ist schön an Sarah. Ich würde sie auch doggie nehmen. Ey, ey, die hat nicht klappt. Ist die Sarah gleich? Nein, ich würde aber vielleicht... Sag mal einmal ehrlich. Nein, ich würde aber deine kleine vielleicht schon einmal doggie nehmen. Meine? Junge, ich versuche mir... Ich versuche mir ja echt erst mal, die Nummer von der klar zu machen und dann alles noch klar zu machen. Das muss ich mich vernehmen. Ich versuche mir, ich soll euch so mit euch helfen. Dabei, ich würde es... Niki, sie ist also auf so... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich werde mit dir sehen. Ja, ich sag das gleich, gleich. Ich sage das meiner ganz herzlichen, Ja, Mann! Bitte! Mach's bitte! Mach's bitte! Nein, lass doch! Lass doch! Bitte, 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 bitte. Sag dein Ex-Freund, ne? Sag dein neuen Ex-Freundin. Das was du hier auch gelabert hast. Eins, zwei, ein Fakt nach kurz. Ey, das soll ich denen auch erzählen, ne? David, 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 David was weiß ich nicht, ich weiß noch nicht, dass ihr meinen Freunden lang durch die Skla지를 zählen würdet, aber wenn ihr's wirklich gesagt... David, 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 Das hat er irgendwie gesagt. Nein, es steht einfach nicht, es hat Kiki gesagt. Ja, aber er meint. Zum Teil. Und mit Sarah hat ja Mane und Lee gesagt. Das mit den Hot-Hot-Hot-Hot, hab ich mal gelagert. Das mit den Hot-Hot-Hot schmeckt schon gut. Bruder, da kein neuen Headshot und dann keinen mehr. Ey, aber, ähm, Dings. David, ähm... Ich hab's vergessen. David, David, wenn du ehren machst, sagt das gar keinem. Ich hab's vergessen, wenn wir nicht weiter in den Scheißen haben, sonst sag ich's noch keinem. Junge, aber deine Kleine schon? Naja, ne? Ja, die will ich genau. Ja. Hab halt was Gutes gefunden. Ich geh'n von dir also. Aber muss auch... Was? 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 Egal. Ich will jeden sagen, dass du ein Gutes vergewaltigen kannst. Ich will, ich will, ich will, ich will... Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will, 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 ich will auf meine Mutter das hat Mikki gesagt, nicht ich. Was? Oh, sie haben immer gesagt. Was ihr gesagt, was ihr habt, was ihr eigentlich persönliche gefunden mit der kleinen Zwerggeinie? Ja. Ja, okay, jeder hat den anderen rein. Nein, du hast gesagt, die ist halt schön und so hast du mir gesagt, also hast du gesagt, genau das Ding von dir. Digga, das muss nicht sein, das kommt nicht um zurück. Das stimmt halt, ne? Zum Fall schon. Ey, Daryl, kannst du mir die Nummer von deiner Kleinen geben? Was hast du gesagt, was hast du gesagt? Ob du mir die Nummer von deiner Kleinen geben kannst? Ja, nee, nee, komm, 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 komm. Was, du hast gerade ja gesagt, zuerst. Wie, wenn das? Julia, die hat doch gerade zuerst ja gesagt, ne? Ja, ich liebe ihn gerne, ja, ich auch. Wir müssen nur einen Termin ausmachen, muss mir die Adresse sein, Kappa. Ey, ich muss mich noch mal anziehen, also. Guck mal, das war mein Kill. Nein, Junge, ich hab den so laut geballert. Es war drei Hits vom Schuhen. Ja, ich weiß, dass er laut war. Ich hab ihn nur gegen den Warnschutz. Das ist irgendwie nicht die Schuhen geben. Schade, das... Ey, gib mir die Nummer von deiner Kleinen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Junge. Juman hat gerade gesagt, gib mir zu dir, gib mir deine Nummer von deiner Kleinen. Juman, sagst du, von deiner Potze. Was für Otze! Wie haben wir die Schnauzen, Digga. Ich hab Otze gesagt. Hat er gerade wirklich gesagt. Lüge ich mal, was mein Leben erreicht hat, halt hier rum, Digga. Hey, Bruder, ich hab auch die Liste, mein Leben erreicht. Ich hab auch die Schnauzen, Digga. Ich gönne gar nichts mehr. Ja, doch. Ich schenk, ich schenk. Hey, welche Ungönner. Danke. Ich bin so Ehrenmann, ja? Bitte, bitte. Danke, du bist das die Liste. Bruder, ist das Wettel so. Junge, ey, ey, Januka, tu red. Wann ich Januka? Der, der, ich, ich, oh! Ne, David hat du red. David hat du red. Oh, mein Gott, Digga. Ich hab gleich team richtig Kopf genug. David hat du red. David, was heißt du red? Äh, was hast du uns geleidigt? Du hast tatsächlich gezahlt. Du hast selbst gezahlt, Spielen entlängt, und als Erfacht, Presse, gespürt, und, und und, und, alles. Das ist dafür. Das tut mir leidigt. Ich bin ein Leidiger, aber kein... Ich bin ein Leidiger, aber kein... David... 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 Gib mal die Nummer von deiner... Du... Gib mal die Nummer von deiner Tussi... Du kennst dich von der Grundschule, mit der du bist? Nein, 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 nein... Gib mal die Nummer von deiner Tussi... Gib mal die Nummer von deiner Tussi... Wollte die die echt haben? Ja, gib mal her... Okay, warte, ich... Ich sag jetzt, ja... Schreib auf... Ja, schreib auf... Ich hab kein Blatt Papier hier... Ich hab nur deinen Arsch dabei... Plus 49... Was? Plus 49... Plus 49... 4... 9... Ja... Ist eh... Fake schon... 1... 9... Ja... Warte... 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 Ja... Du bist dumm... Sag mal... Sag mal... Sag mal... Warte... Ich liebe dich... Oh... Ich dich dich nicht... K... 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 Schleif... Ich bin jetzt... Nein, ich werde gar nicht... Doch... wer hat er... Darf ich euch mal pranken... Warte... Schleif... 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 Aber im Schnee... Saß... Im Schnee... Saß... Im Schnee... Im Schnee... Saß... Hallo... Ne... Ja... Alles ruhig? Ja... Danke. Wer steht da, glaube ich, auf welchen Grund? Keine Ahnung. Nö, mein Akku muss erst mal selber laden. Ich bin ein Wildsticker grad. Ich muss Level 100 kommen, hallo? Naja. Die Digga, wollt ihr eigentlich noch mal was? Ja. Ja, warte kurz. Nein, war den Spaß, Digga. Ist deine. Nein, 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 nein. Bruder, nein. Ist das die kleine? Ja, die kleine Süße. Die kleine Blond-Braun. 1, 5, 7, 5. Warte. Ich schwöre, dass das richtig ist, weil das das was richtig ist. 7, 9, 4, 1. Ja. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ja, am Ende. Komisch, ne, klinge, 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 klinge. Ja. Ja. Ey, ich exclamiere die auch. Ja, Luca? Weil ich hab mir die gar nicht aufgeschrieben. Die war safe eh falsch. Das ist sie doch. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Die war ja mit diesem André zusammen, ne? Und dann hat auch einer die Frage bekommen. Ich hab mir gedacht, ob wir die nochmals auf die Schichtraten. Ich hab mir auch gedacht, dass ich mich auch eigentlich nicht möge. ...muss dich nicht nehmen jetzt jetzt, ne? Weil wir umgesetzt wurden. Und dann... ...hab ich über die Schichtraten, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht, dass ich mich auch eigentlich nicht möge. Und dann gab's das erste Wanderstand und dann seid ihr... Warte, was ich mir machen muss. Warte, was ich mir machen muss. Ey, da seid ihr noch mal was an denischen Part. Ist er wirklich... Bist du blass? Du bist du zweistiger. Nein, der krisisteste Mensch der Welt. Ey, David, David, das war bei euch so. Du guckst, du hast zu dir gesagt, dass du sie müllst. Der... Die hat zu dir gesagt, dass sie dich müllt. Dann habt ihr... Dann war das erste Wanderstand. Und dann seid ihr zusammengekommen. Und da hat uns schon einander nach... Letzter Kill gemacht. Ich hab den letzten Kill gemacht. Sind wir in einem Lobby? Ja. Ja. Wieviel Bonus bekommt man denn? Einst auf der... Freundesbonus. Ich hab euch die Nummer komplett richtig gewagt. Auf den letzten drei Reichen. Ey, Buchstaben. Zahle! Ey, man bekommt nur für das Freundesbonus schon allein 600 EPs. Ich hab Freundesbonus plus 580... Also 600 EP bekommen. Nur Freundesbonus, ne? Was sagtest du gerade? Hast du jetzt Kontrolle, mit dem du, ähm, jetzt die Oberfahrtfaser dich nicht isst? Äh, die wollen wir warten? Ja, ja, jetzt mit Jochen. Denk, stören bitte mal, wo ich gerade eingeladen habe. Wie viel 15 haben wir heute? Keine Ahnung, keine Ahnung warum. David, geh mal kurz deine Nummer auch. Ich hab 27, geh mal kurz deine Nummer. Du hast 27, Miki? Ja. Ich hab 19. Ja, du brauchst das gerade selber auch. Plus 4, 9. Warte, was? Plus 4, 9. 0, 1. Nein, das ist auch meine Nummer. Ja, plus 4, 9 sind 0, 1. Ja, okay. Dann 1, 5, 2, 2. Warte, 0, 1. Nein, 1, 5, 2, 2. Dann 7, 1, 0. Warte, plus 4, 9, 1. 5. Yeah. Ja, 2. Ja. 2. Ja. 2. 7, 1, 0. Ärgum. 5, 0, 1. Ja. 2. Ph gifted. Czy sahes handy bei dir? Warte, ich rufe dich gleich an. Ich rufe dich kurz an. Ich rufe dich kurz an. Kannst du mal eine Tür zu machen? Hallo? Hallo? Ja, okay. Ist wirklich deine Nummer. Sag dich, Digi. Ey Bruder, warum hast du verlassen, Digi? Habe ich verlassen? Ja, guck, guck. Ja, guck, guck. Komm, 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 komm. Warum ex? Running the door, ich rufe dich! So sneaky. Ne? Hehehe. Ist doch mein in der Petter? Nein. Ob. Oder? Ey, David, komm kurz. Äh, ich mein, warte, schick dir kurz ein Ladung. Warte. Ne, 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 warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich komm hier jetzt wieder. Und jetzt hat, hat der, hat der Controller, ne, mal kurz, hat der Controller, der komplett ganzes? Nein. Kannst du mal kurz neben den Ohrspannchen zu machen? Aber zu wenig hier auch zu überweben, dass er das macht halt. Darf ich nicht. Hä? Lässt er auch so nicht. Der ist guter H. Der ist guter H. Der Main? Der Main? Der ist ja nicht der Main. Der ist nicht nur mal die Bühne. Das ist gut. Okay, möcht man auch kurz vorbeifahren? Ja. Wenn du Nikis Controller hast. Warte. Ich versuch's. Wenn Nikiki erlaubt, dass du einen Controller haben darfst. Und ich möchte kurz ein paar Mal Sitzung. Der ist gerade mein Urhalter, das ist der. Der ist gerade mein Urhalter, das ist der. Ich mag keine Arme. Zum Sonntag. Ich denke, was hast du dir für ein Handy? Huah, huah. Hey, guten Morgen. Ich bin wieder da. Oh, schade. Ich hab's hier bei mir noch ein bisschen schick. Ich glaube, es gab fast, dass es geil war und wir haben die Wünsche gestanden. Leute, folgen alle auf mich. Äh, ja gut, hab ich nicht gesagt. Also hab ich doch gesagt, aber wir können uns noch folgen. Wenn wir dich nicht machen, das passt ja gut. Genau, erst mal Werbung machen wir. Schau, du, 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 du. Ist sehr wichtig. Es war halt im Stream, Leute. Komm, mach's bereit, David. Das nimmt Start aus. David, mach bereit. So, jetzt geht's los. Mach mal frei, David. Komm, ich schließe Runde jetzt, äh, Level 79. Der hat dich nicht immer gemacht. Der hat dich nicht immer gemacht. Der hat dich nicht immer gemacht. Ich glaube, es war so gut. Wir haben zu Null gewährt, aber da war es nicht anders. Ja, Luca und, äh, Janelle, kommen die jetzt fast auch in die Nobby. Darf ich auch noch mal eins setzen? Ja. Vielleicht lassen wir das besser unterscheiden. Samt der Trainstour. Wo hast du Wetter? Boah. Nimm ja ab, die Garete. Wann, wann, wann wir bitte? Januka? Mhm. Kommt ihr gleich vielleicht mit Jamel auch in die Lobby. Und wir gucken keine mehr auf mich. Weil dann bekommen wir schon so 2.000. Ja, ich weiß, aber dafür braucht man eh entweder zwei Platz, zweiter Platz mit vier Kills. Ja, das kriegt der Platz, ich meine, man kann auch null Kills haben. Ja, auch nicht episch schön. Aber dann kriegt man erst über 1000, sonst nicht. Ja, man kann null Kills haben und eben 10 Kills oder 10 Kills. Du oder 13 Kills sind keine Kugel, da fielst du gegen dort. Okay. Hä? Warum? Damit ich in die Lüge noch bei Bono. Das bringt dir eigentlich nichts. Hä? Du bekommst eh keine Sachen außer die EP. Oh, da war's, da ist es still. Du bekommst eh nichts außer der Kugel. Außer was? Das EP. XP oder wie es heißt. Auch sehr, sehr, sehr ist das dann. Das macht einfach so easy. Jetzt Kohle aufmachung. Ich mach mal tatsächlich nicht da drauf. Äh, ich kenn die YouTuber. Wer guckt da gerade? YouTube? Nee, nee, die wollen. Äh, ich mach mal. Stop, stop, stop. Der macht leider nicht mehr. Ich komm mal, stop. Schüttel ich. Ja, ja. Hast du Lust, morgens Zimmer aufzuräumen? Ja. Du? Ja. Ich hab noch so, weil ich will jetzt noch heute Level 80 kommen, also beziehungsweise mehr Versuche. Ey, ey, Gruner, komm mal bitte zu mir. Ja. Komm mal ganz schnell, bitte, bitte, bitte. Ja, ich komm schon an. Ich bin auch hier. Ich bin auch hier. Ja, ich komm. Ja, ich komm. Ich komm mal schon schnell. Oh. Hä? Die ist leer, Junge. Das war, die war die Falsche. Die war die Falsche. Ja. Ja. Ich hab einen Dollar. Komm, schneller. Komm, schneller. Ja. 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 Ja, Luca. Stell dich mal hier in die Ecke und du dich hier. Ja. Komm hier. Komm hier. Stell dich hin. Du dich. Du dich. Lauf dabei gegenüber. Ja. Ja. Sonst hat's das nicht klappt. Früher war das ein... Ey, die Quäbler haben ja jetzt auch Tarnungen. Die Quäbler haben was? Tarnungen. Also Lackierungen oder wie diese Kacke auch heißen. Hat meine eine? Da? 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 hey cool aber wenn ich du wär würd ich den bruchstein nehmen wenn ich du wache warte ich die ganze runde nur mit pickaxe deine ganze waffe weglegen und noch pickaxe das musst du machen ist aufgabe ja aber darf ich dich so freuen und dann mit geld zählen darf ich dich so der hat ein schwanzkontakt ist er da? ist er noch am händen? äh ist er am händen? nein der spielt story mode glaub ich ich spiel online denk ich komm an meinen Zug also hast du ihn gehört? komm jetzt in deine sitze Mama kontrolliert es ihnen dort macht nichts mehr 赤ophilia hei hälter und wenn du deine Freunde sei 86 ne ? halt einfach passiert ich ja jetzt mit dem Pfund Wenn ich einen eigenen kaufe, dann kann er den Niemann wegnehmen und dann schicken ich einen eigenen. Denkst, macht man dann die Erkauf, darf man diesen Erkauf auf, wie heißt das denn? Ich probier's, ich probier's. Doch, mach's einfach, wenn er jetzt einen Transport hat. Dann haben wir einen Kontakt auf den Niemann-Kauf. Was bekommst du denn für eine Places? Wer hat denn den kaputten Controller? Hä? Charmaine? Ich könnte mal kurz tauschen, denn... Schmeißt du Charmaine mal kurz? Er hat zwei Controller. Weißt du ja? Charmaine, 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 hast du den ganzen Controller oder noch am kaputten? Der ganze? Was? Ja. Ich werd' aber meine Fortnite auf den Niemann-Kauf. Dann werd' ich nur noch die Welt auf den Niemann-Kauf besitzen. Weil ich werd' dann auf meinen PCR-Kauf. Du brauchst ihn auf den Niemann-Kauf. Was bekommst du denn für eine? Dann hab' ich mal 11 Kinder. Du musst aber mal uns das einfach auf Schritt gespielt haben, ne? Ja, warum? Was? Auf was? Du musst einfach auf Schritt gespielt haben, damit du das machen kannst. Quill! Witz oder quill! Was? Witz! Witz! Witz, Witz. Ich bin Minik. Da hast du immer auf dem Webseite oben gemacht. Gott, da war ja der Reaktion. Da war immer noch kurz so an dem Betrogericht. Hinter dir war auch noch einer. Hä hä? Die haben dann einen Dr.Petal-Zieler. Warum? Ich komme an meinem Tor zu freuen. Ja, ihr Tor gar nicht. Okay, dann komme ich gar nicht. Ja, ja. Was? Was kann man mit? Äh, jetzt nicht mehr. Ja, das war's. Ich habe noch 100 Metall mehr, aber nicht. Ja, bei mir ist ein schwarzer Ritter. Mein Helikopter. Mach den Scheiß, Scheiß, Scheiß. Mach den Scheiß, Scheiß, Scheiß. Mach den Scheiß, 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 Scheiß. Was? Ja, Dana. Scheiß, 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 Scheiß. Ey, Digga, wie gut läuft, wenn du wärst. Dann würde ich, ähm, ähm, sich nicht mehr bewegen. Deswegen finde ich nichts. Manchmal viel Klingkunden. Okay. Zehn, komm schon mal nach vorne, Alter. Ich mach gerade noch Aufgaben. Noch? Ich bin nicht. Du brauchst nicht mit dem Klingkopf dazu. Wie die, ne? Nein, nein. Digga, doch. Genau, genau, genau. Boah, der ist schummerschmeiner, Alter. Ja, okay. Ich mach Aufgaben. Guck, guck. Um ulaubst du, wenn würd dich in einem Kekker getanzen hat. Guck, 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 guck. Und jetzt hat er, Worte, der gequillt. ich schlafe hier jetzt wenn ich du wacke sollte ich jetzt zwei Waffen weglegen ja und die beste ja dann musst du eine ja dann musst du deine beste Waffe von Farben von Farben kann ich eine schlichtweg zu meinem Pumpeck ja ok und dann jetzt nein das Green 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 24 Zoll Baby Rollen ja Luca guck mal es ist jetzt wieder heller ich hab keine Antwort so bekommen jetzt bin ich Prospekt ich bin Prospekt ich bin Prospekt scheiße ich hab gar nichts ganz gut Janika wenn du werfst ich bin ich bin grad hier keine Gegner mehr ich bin grad hier keine Gegner mehr ich bin hier grad keine Wenn ich du wöre, würde ich mich jetzt für eine Minute lang nicht bewirken. Ab jetzt. Und ganz einfach nur tanzen. Nehmen wir ja auch. Ah ja. Ah ja. Halbe Stunde. Nein, nein. Hä? Wer redet bei dir? Nein, hier ist ein Gegner. Oh nein, das ist Team-Mate. Noch 20 Sekunden. Jetzt tun wir ein bisschen mit mir kommen. Okay. Und den Tatsweg machen. Den Tatsweg. Wie meinst du das jetzt? Deinen Tatsweg mit meinen Tauschen. Nö. Das mache ich nicht. Nö. Herr, warum geht das wieder? Jetzt lasst du dich wieder bewegen. Nö, das mache ich nicht. Ich werde dich nicht wach, Bruder. Du willst nur die besseren Waffen haben, ne? Ich habe geile Waffen. Was denn? Ich habe zum Beispiel, äh, goldene MP, blaue Palm, blaues, blauen Waffen, goldene Star. Bioska gibt es gar nicht. Goldene. Ich habe nur zwei Waffen, ne? Weil ich habe lila Pumkan und blau MP. Das ist so gesehen eigentlich dieselbe, wenn ich du wäre, frage. Oder? Ja. Also darfst du mir die Frage, also machst du die Sache zurück? Nein, 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 du musst mir hier tauchen. Kannst du mir auch so ein Fluthaus kaufen? Ich glaube nicht genug Kohle dafür. Bruder, da habe ich ja mehr als noch gehört. Hm? Wenn ich du wäre, würde ich in Waffen fahren, dann gehe ich in Waffen. Was? Wenn ich du wäre, würde ich in Waffen fahren, dann gehe ich in Waffen. Sag mal, ich höre dich gerade überhaupt nicht bei mir, Ramitanie. Jetzt kann ich dich hören. Wenn ich du wäre, würde ich... Du Opferkind. Komm, sag. Nee, es wird. Was würdest du denn sagen? Deine Tankstelle würde ich diesen, ähm, Aushalt der Met ins Wasser springen. Also... Hätte ich gar nicht gemacht. Ja, dann, wenn ich dich wäre, würde ich mir den 5 Euro gewohlen. Ich habe kein Geld. Ich meine 20. Ich habe kein Geld. Ich meine 20. Du hast kein Geld. Du hast kein Geld. Du hast kein Geld. Wenn du auch da los bist. Ach, der los wird schafft. Nein. Ach, Bruder. Ja. Mach bereit. Nein, Digga. Bist du gut oder schlecht? Voll gut, Digga. Bruder, ich bin schon bei 195. Ich bin Divi und 6 und bin bei 195. Nein. Junge, nein. Das ist mir voll wichtig, Junge. Also, äh, nein. Hey, Digga, du verlierst ja nichts. Ja, doch. Punkte. Nein, man kann keine Punkte verlieren. Bist du dumm? Ja. Der Luca? Ey, ey. Ja. Ey, komm mal in, äh, GTA. Ey, komm, lass, bitte. Eine Runde. Wenn ich Plus mach, als du einen Punkt Plus mach, dann, äh, spiel ich vielleicht öfters mit dir. Weil ich will Champions Liga noch werden. Und mein Arsch luckt. Erstmal schön am Arsch kratzen. Und meine Unterhuss ausziehen, Kappa. Ich bin Divi und 3, Alter. Ich bin Divi und 3, Alter. Ich bin Divi und 6. Ich bin Champions Liga. Komm, ihr fehlt da für nur noch eine beschissene Division. Die Division. Ähm, wir landen bei Tilt, 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 Tilt. Und dann vielleicht, ähm, da landen wir, wo ich mit dir genau da. Und was? Warum? Warum, warum da landen denn? Ja, weil da ist nichts. Warum? Warum? Warum hat der Kicke die Party gelassen? Keine Ahnung. Weil der Kicke die Party gelassen. Weil der Kicke die Party gelassen. Weil der Kicke die Party gelassen. Weil der Kicke ist. Geil. Bruder. Ja. Ist das ein Film oder ist das ne? Ich muss mir ja grad irgendwie das Lachen verteifeln. Oh, die machte keiner so dabei. Lass es dir. Ja, Luca, hast ne Waffe für mich? Nein. Ja, gar nichts. Ich hab nur eine Waffe. Ich hab nur eine Fichtel. 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 Aber du kannst dir keine Fichtel machen. Gib mir auch was. Gib mir auch was. Ich hab nur eine Fichtel. Lass ihn nach Tiltil fliegen, oder? Ja, ok. Ja, ok. Bruder, man fliegt jetzt komplett nach Tilted. Ach ne. Schau, dass das jetzt wirklich ist. Ja. Der Bruder fliegt immer noch draußen. Nein, die Gula, ich hab kackt. Warum? Tilted, da war ich noch nie. Ich bin so dumm, mit der Kanon zu fliehen, ich hab dich da auch. Kein Scheiß, ja? Bruder, ich bin gefickt. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Warte, ich probier's. Ich hab kaum Baumats, und bei mir bin grad tausend im Gegner gefehlt. Ja, Bruder! Junge, wo bist du? Ich bin hier. Nein! Ich hab dich auch nicht eingeholt! Hast du noch zugehört? Hast du noch zugehört? Hast du noch zugehört? Ja, ich hab aber geloftet schon lange. Hast du noch zugehört? Ja. Hast du den gefinisht? Ja. Oder nur genockt? noch zugehört. Aber nur noch einer. Ja. Kontrollverband, wenn wir mindestens zwei drei Punkte machen, machen wir auch noch drei Punkte. Ja, die K fair. Auf welche mehr mehr.. Hey, Jan-luka ich brauche 200k. Ah ne, er hat mich vertan. Hier, 500k. Okay. An Luca? An Luca. Ja, er ist in einer anderen Party. Ach, warum, 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 warum. Was ist? Wo ist der Luca? Hallo, ey. Hallo, ey. Wo bleibt sich der Luca? Hallo, ey. Hallo. 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 Hallo, ey. Hallo, ey. Hallo, ey. Hallo, ey. Komm, 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 bitte, 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 bitte wieder im spiel ist. Ich auch. Ich nehme alles zurück. Warte, wo ist dein nächsten Bus? Ich bin schon gejoint. Oder du gehst nach DASTIE. Doch bin ich. Ich bin gejoint. Ich bin in deine Gruppe gejoint. Ach so. Ich brauche eine Munition. Ja, 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 ja. Ich brauche Munition, Junge. Mit wem spielst du gerade? Super. Ja, du kriegst zu Minis. Komm her. Ja, hier. Hier, komm her. Sag, Elma, der soll mich entdecken. Ja, ich weiß, 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 ich weiß. Bruder, meine Pumpgun. Ich krieg die Junge, gib die her. Nee, ich bin nicht wieder mit dir sonst. Ja, nee, 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 nee. Frag mal warum. Ich hab dir ja die Minis getroppt, ne? Darum ist ein Wegbeschreibung. Nimm mal die Minis. Nimm mal die Minis. Willst du nicht? Komm, ich kann. Ich hab einen im Blau. Geht, 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 geht. Wo? Komm, komm, komm. Bitte, bitte. Komm, komm, komm. Junge, wo bist du schon wieder? Ja, bei mir. Ja, bei mir. Oh, Bruder. Wo ist deine? Wo ist die? Bruder. Nein. Glaub nicht. Bruder. Sorry, wenn zwei Leute auf mich gehen. Ja, 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 ja. Halt dich drauf. Komm, komm. Komm, komm, komm. Nee, ich bin tot. Die machen ein Auge auf mich. Warum sind die Autos teurer? Lelke, ich schreibe mich mal vor zu kommen. Ich mach es los. Ich hab meine Akkus los. Das sieht geil aus. Aber ich kann mir das nicht geil aus. Schick mir nach der, äh, nach der Dings mal Einladung. Ja, Luca. Kann ich gleich saubern. Und kommst du denn gleich auch, äh, noch, äh, Bad Royale? Junge, warum? Ich will lassen. Ich spiel geht hier irgendwie ein bisschen mehr. Ich mag geht hier. Der hat auch Lover noch. Wenn du ne Trommigang hast, die bekomme ich. Warum? Junge, man hat doch grad eindeutig gesehen, dass ich besser war. Ich hatte drei Kids mit der Tommygun, aber Kopf hoch, ne? Oh. Oh. Ja, sag dann. Ne, zwei. Zwei oder drei. Ne, zwei. Einen hab ich mit der Tommygun sehr low geballert und hab den dann mit der Pumpgun geholt. von oben mit Headshot. Okay. Lange ist du, oder? Ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Und ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin doch irgendwie froh, dass die Tommygun grad irgendwie schon wieder drin ist. Warum? Traurig oder was? Nee. Ich hab... Äh, Dings. Ich hab die Tommygun früher überhaupt nie gemacht. Ich hab keine Waffe, ne? Ich hab keine Waffe, ne? Ich hab keine Waffe. Nee, die brauch ich nicht. Und dann, äh, grau, äh, blaue, äh, äh. Na, gönn dir. Lass mal nach das gehen. Das, das die? Ja. Kann man mal machen. Bruder, ich bin runtergebracht. Hast du dich runtergebracht? Okay, okay. Naja. Ja. Ich hab dich auch runtergebracht. Ich hab dich auch runtergebracht. Ja, ja. Nein. Junge, ich musste ziehen. Ich flieg zu weit. Junge, darf man mit Laupankern. Bruder, ich hasse dein Leben, ne? Fick dich in der Schule. Dreimal. Ich will auch. Ey, ich will auch. Ich will auch. Ja, hier sind auch Gegner, ne? Echt? Ja. Oh, da waren's deine Steps. Oh, geil. Grüne Gänge. Da oben ist ne Küste. Ich habe lila Pumpgun und blaue Tommy. Hier beim Bus sind welche. Die sind Low, die sind mehr als nur Lost. Die hast du, die hast du. Der kommt einmal um den kompletten Bus herum. Der war Low. Der ist Low. Wir spielen wieder Gruppen, Keule. Bruder. Mach Gruppen, Keule. Junge, das war was für lange. Ja, ich weiß. Die sehen mich ja nicht. Ehre. Wom du aus, Junge? Weil ich es kann. Willst du mir noch ein Info erstellen? Ja, danke. Danke. Ich habe selber keinen Kapper. Mach mein Free-Job. Nicht die Ziele. Karriere. Ich habe da 5. Ich habe da 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 7. 8. Ja. Ja. Mhm. Da steht nichts über dich. Ey, auf Twitch. Ey, auf Twitch sind auch geile Was geile? Äh, Mädchen. Guck mal so zum Beispiel wie diese jetzt. Guck mal. Ja. Wie lange lange da wo ich markiert habe. Hallo, ich bin jetzt bei Meine Job markiert, kürzlich gespielt, Rockstar erstellt. Bei mir geht es nicht. Ich kann das nicht. Ja. Jetzt, sorry. Ich glaube, ich habe eine Pumgang. Ja, ich habe eine Pumgang. Ich habe eine Pumgang. die Räder inspiriert. Ich habe dafür da. Da. Und, sorry. Ja, nein. Mit, okay. Hm. Was hast du. Für eine Waffe. Ja, sowas mein, Wir brauchen das. Damit werde ich... Verarren. Was brauchst du? Munition Habt ihr deine Dings hingedroppt? Danke Hast du noch Minis? Minis, ja 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 Ich hab mir noch zwei 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 Soll ich schwitzen? Wieso drüben? Weiß nicht Weiß nicht Weil ich hab ja Gewehr und bin nicht gut Weil das ist sicher Lass nochmal nach das gehen Öp Falsch Mich nicht schießen Nein, nein Mich nicht schießen Ja Ich sehe Gegner Den Den Gegner 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 Jetzt den Gegner Hier drinnen? Hier drinnen Hier drinnen hab ich sie gesehen Beziehungsweise auch gehört Vielleicht runtergegangen Vielleicht runtergegangen Weiß nicht Auf jeden Fall gehört sich ne Falle Plästchen Hier ähm Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Bei mir Komm runter, komm runter, komm runter Und hier ist ne Falle gepläst Probier's, 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 probier's Hinter dir Nein ne nein Bitte 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 brought Sorry Bruder Die hat die bessere Waffen Bruder warte Ja mein ich hab noch nen kill bekommen Und bin fast nix des Bruder was machst ihr da? Ich warte auf den Luca, bis sie ihre Mission fertig haben. Wie lange geht die noch? Ist das nicht langweilig? Wie lange noch? Mach Dings an. Äh, Hoppenkeile. Ich mach mal kurz Musik an. Auf Spotify. Hab ich? Okay. Lass mich bitte runter. Entschuldigung?